Ein regionales Problem einfach bei uns. Grad so Richtung Oberpfalz ist es so, wenn du beispielsweise einer aus Syrien Deutsch lernen will, verstehst hinterher nur wenig als sofort. Naja, so ein Deutschkurs in Tirschenreuth beispielsweise, der führt bei einem Marokkaner oder Albanesen zur kompletten Isolation. Seine Familie versteht ihn nicht mehr, seine Kumpels versteht er nicht und er selber weiß auch nicht mehr was er da redet. Es ist eine Lose-Lose-Lose-Situation ist das.